Deutsche von Ausländern abgestochen! Es geht wieder los! Wir sind das Volk! 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 Wir sind hier nicht zum Spaß! Wieder einmal Rechtsextreme, wieder einmal Sachsen. Und die Gewalt richtet sich auch gegen uns Journalisten. Lüge! Lasst uns in Ruhe! Das ist ein Trauermarsch! Müssten wir jetzt nicht irgendwas machen? Sonst heißt es nachher wieder Polizeiversagen. Sie können alle wieder nach Hause gehen. Wir haben die Täter. Ein vorbestrafter Iraker und ein Syrer haben den unschuldigen deutschen Mann abgeschlachtet wie ein Schwein. Bitte beruhigen Sie sich! Also du bleibst hier! Du bleibst hier! Haftbefehl! Haftbefehl! Lesen Sie alles über die Täter! Haftbefehl! Haftbefehl! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Jeder kann hier Mitglied werden! Montag großes Konzert! Freigetränke für alle! Die beste Party des Jahres! Hitlergrüße! Hier gibt's Hitlergrüße! Einen hätte ich gerne! Aber woher kommt die Spaltung unserer Gesellschaft? Woher kommen Hass und Hetze? Außerdem bei Bild sod HisITEī少isch äußert dievate unlacht. Tschüss, die Besucherinnen die betr土 evil durch unser Sozialsystem. different größe 1. Quella 2. Laiza Wenn es vous n'avezbiaff, est de laiz !